Wir haben uns heute einen Porsche Boxster ausgesucht. Der Porsche Boxster ist ein sehr tiefliegender Sportwagen und wie für alle Sportwagen bietet sich hier natürlich an, flache Sportwagen-Tragarme an der Ebebühne zu verwenden. Hier auch wieder die Tragarme auf Nullposition stellen und dann das Auto schön mittig einfahren. Beachten Sie bei Verwendung von Extraplan-Tragarmen die maximale Gewichtbelastung. Dann die Tragarme positionieren. Fahren Sie die Tragarme nur so weit wie nötig aus. Drehen Sie den Tragteller so nah wie möglich an den Aufnahmpunkt an und prüfen, dass alle vier Tragteller auf gleicher Höhe sind. Heben Sie wie immer kurz an. Prüfen Sie die Position der Tragteller und dass die Tragarmartherung eingerastet ist. Justieren Sie, wenn nötig, und heben Sie dann auf die gewünschte Höhe. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer, wenn Sie noch Fragen haben oder wenn Sie noch andere Fahrzeuge sehen wollen, schreiben Sie uns ganz einfach einen Kommentar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.